Das Jahr in Karikaturen der satirische Blick zurückstand, 25.12.2017, 15.35 Uhr Seitenanfang. Für Karikaturisten führte 2017 kein Weg an US-Präsident Trump vorbei. Auch der G20-Gipfel, die GroKo und die Ehe für alle Beschäftigte die Zeichner, das kann man auf der Karikatura, in Kassel, sehen. Alex Jakobowski hat sich die Ausstellung angeschaut. Von Alex Jakobowski, hr 2017 aus Sicht der Karikaturisten Tagesschau 11.30, 25.12.2017, Alex Jakobowski, hr Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an. Klein, hr 264, Mittel, hr 264, Groß, hr 264, HD, hr 264. Hinweis, falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und Ziel speichern unter Auswählen. Video-Einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau Durch Anklicken des Punktes Einverstanden erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht exklusiv die Nutzung des Tagesschau.de Video-Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie, redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tagesschau im NDR Video-Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR. Der Nutzer garantiert, dass das Überlass-Sene-Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Video-Players im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video-Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das Überlass-Sene-Programm-Angebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Preroll- oder Postroll-Darstellungen, Splitzkin oder Overlay. Der Video-Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video-Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital-Regs-Management-Systeme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.